Wir freuen uns, jetzt hier im Content willkommen zu heißen Steffi, Miriam und Sarah von den Family Freaks, die uns erzählen, dass Vater, Mutter, Kind nicht das einzige Wahre ist, was es geben kann, sondern dass es ganz viel anderes geben kann. Mehr Eltern, mehr Partner, mehr von allem. Einfach mal tabula rasa, worauf wir Lust haben und wie das alles so ist und funktioniert. Und da freue ich mich ganz doll, dass die drei hier sind und uns das erzählen und deswegen wünsche ich mir von euch allen, dass wir sie mit einem trosen Applaus begrüßen und es losgeht. Check, check, aha. Jetzt habe ich auch den Anknopf gefunden für das Mikrofon. Vielen Dank für diese einleitenden Worte. Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir sind Steffi Krah, Miriam Welk und Sarah Diehl und wir versammeln uns heute hier unter dem schönen Namen Family Freaks. Mit diesem Namen brandmarken wir uns als Abtrünniger eines Ideals von Familie und wir sind, so ist unsere These, mehr als wir denken. Denn dieses Ideal von der heteronormativen Kleinfamilie, die in monogamer Ehe für immer zusammenlebt, sich reproduziert und die Keimzelle des Staates bildet, die Volkswirtschaft am Laufen hält und dafür sorgt, dass die Renten stabil bleiben. Das ist ein Mythos, das wird zunehmend zu einem Mythos und zwar zu einem, der der gelebten Realität von Familien anfängt wirklich zu schaden. Miriam und ich, wir arbeiten seit einem Jahr ungefähr an einem Festival namens Familia Futura. Das Festival wird vom 14. bis 16. September in Dresden stattfinden, im RISA e.V. Genau und das ist sozusagen der Anlass, warum wir heute hier sind. Genau. Gemeinsam wollen wir dort alternative Strategien des Zusammenlebens erkunden und Zukunftsvisionen ausloten, die über die Enge und Isoliertheit heteronormativer Kleinfamilienbilder hinausgehen. Mit Workshops, Podiumsdiskussionen, Konzerten, Performances, interaktiven Installationen und offenen Gesprächsrunden schaffen wir einen Raum für Begegnungen und Austausch. Hier kundschaften wir zum Beispiel Themen wie soziale Elternschaft und soziale Elternschaft aus und beschäftigen uns mit Reproduktion, Care-Arbeit, Liebe und Geschlechtersolidarität. Ein Anliegen ist es auch, dass die große Diversität gelebter Familienformen in ihrem Potenzial gezeigt wird. Dieses Festival lebt natürlich nicht nur von einer guten Idee, sondern auch vor allem von einem großartigen Netzwerk an Vereinen, Stammtischen, Initiativen, AktivistInnen, WissenschaftlerInnen und KünstlerInnen und eine der besonders spannenden Personen, die wir auf diesem Weg getroffen haben, ist eben Sarah Diehl und wir freuen uns besonders, dass wir sie heute mitbringen konnten. Sarah ist Publizistin, Autorin und Aktivistin. Ihre Themen sind unter anderem reproduktive Rechte von Frauen im internationalen Kontext, sexuelle Selbstbestimmung, Kinderlosigkeit und soziale Elternschaft. 2014 erschien ihr Sachbuch »Die Uhr, die nicht tickt«. Das liegt auch hier vorne. Und darin analysiert sie das schlechte Image der Kinderlosigkeit von Frauen als Druckmittel zur unbezahlten Fürsorgearbeit. Heute liest sie für uns einen Text, der 2016 in der Zeit veröffentlicht wurde und den Titel trägt »Babyfreie Zonen, gebt mir alle eure Windeln«. Sarah, ich übergebe an dich. Hallo. Ich werde jetzt einfach mal anfangen, den Text zu lesen, ohne groß nochmal zu erklären, warum es ausgerechnet eine Kinderlose in Family Fortura einführt. Aber das wird sich in dem Text sehr leicht erklären. »Gebt mir alle eure Windeln, kinderfreie Zonen«, heißt der Text. Als kinderlose Frau den eigenen Lebensstil verteidigen zu müssen – und das muss man oft genug – bringt einen manchmal in unbehagliche Situationen. Man feiert in der Verteidigung Freiräume, die Eltern nicht genießen können. Nicht etwa, weil sie unbedingt verbohrt oder bürgerlich befangen sind, sondern weil die Strukturen es einfach nicht zulassen. So einen Moment des Unbehagens erlebte ich, als ich kürzlich im Guardian einen Kommentar las, in dem eine Journalistin kinderfreie Bereiche in Zügen und Flugzeugen forderte, weil Kinder ihre Mitmenschen angeblich belästigten. Ich als Vorzeige-Kinderlose, von der vielleicht viele erwarten würden, dass ich das begrüße, muss sagen, das geht vollkommen in die falsche Richtung. Kinder und ihre Eltern, also meistens die Mütter, wurden viel zu lange in unserer Gesellschaft isoliert. Und es muss für uns alle endlich wieder selbstverständlich werden, sie und ihre Eltern zu unterstützen, ein Auge auf sie zu haben, wenn die Mama im Zug wegdöst und auch mal die Windeln in den Eimer zu tragen, wenn der Papa das Baby auf dem Sitz wickeln muss, weil der Zug zu voll ist. Einer der Hauptgründe, warum Frauen keine Kinder bekommen wollen, ist, sie wollen die Isolation durch die Mutterschaft vermeiden. Und diese Isolation ist in Deutschland immer noch beklemmend stark. Der Spruch, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen, also die selbstverständliche Arbeitsteilung und somit Entlastung der biologischen Eltern bei der Kinderbetreuung, ist in Deutschland kaum lebbar. Doch wie kam es dazu, dass Kinderbetreuung heute so abgeschottet in der Kleinfamilie überhaupt stattfindet? In fast allen Interviews, die ich im Rahmen meiner Recherche mit kinderlosen Frauen geführt habe, kehrte immer wieder das Motiv, die Angst durch ein eigenes Kind in der Kleinfamilie zu verschwinden, auf dem Abstellgleis zu stehen, wie sie es bei ihren eigenen Müttern gesehen haben. Der Wunsch, Gemeinschaft zu leben, in der auch Kinder dazugehören, auch wenn sie nicht die eigenen sind, veranlasste mich in meinem Buch, ein Kapitel über soziale Elternschaft zu erweitern. Kinderlose kümmern sich um die Kinder ihrer Freunde und Mitbewohner und zwar nicht als Kompensation, sondern weil es einfach menschlich ist, sich um andere zu kümmern. Als bei einer Buchvorstellung in Graz das Thema soziale Elternschaft aufkam, meldete sich etwa eine 70-jährige Frau. Sie berichtete, dass sie auf einem Bauernhof aufgewachsen sei, mit Großfamilie und vielen Mitarbeitern. Sie war als Kind überall herumgeturnt und die Personen, die in der Nähe waren, hatten sich eben um sie gekümmert. Sie malte uns eine sehr glückliche Kindheit aus, in der sie mehrere, aber trotzdem stabile Bezugspersonen, also soziale Elternschaft, hatte und eben nicht nur die eine Mama, die frustriert und überfordert mit ihr zu Hause hockt. Wir einigten uns in Graz darauf, dass die Entstehung der Kleinfamilie uns wie ein historischer Unfall vorkäme, weil uns die Isolierung darin unmenschlich erschien. Doch wie kam es zu diesem historischen Unfall, der sich vor gut 200 Jahren ereignete? Er ist erstens eine Folge aus der Effizienzanforderung am Arbeitsplatz, der Industrialisierung und Versteterung zum Zweiten und einer sexistischen Pädagogik, die zur strikten Teilung zwischen privatem und öffentlichen Raum führte zum Dritten. In dieser Zeit wurde das Modell des männlichen Ernährers im Angestelltenverhältnis etabliert. Der Mann verlässt das Haus, um seiner Lohnarbeit nachzugehen und darf natürlich nicht daran gehindert werden, seine volle Arbeitskraft dem Arbeitgeber zur Verfügung zu stellen. Weshalb man die Kinderbetreuung komplett den Frauen zuschob, die dafür daheim bleiben mussten. Das war deshalb praktisch, weil durch die Industrialisierung das Geld vermehrt außerhalb des eigenen Hauses verdient wurde und nicht mehr auf dem eigenen Gut. Und damit dies alles kostengünstig funktionierte, behaupteten männliche Pädagogen wie Rousseau und Leibniz, dass allein die biologische Mutter sich instinktiv richtig um das Kind kümmern kann und sie darin ihre einzige Erfüllung im Leben finden soll. So konnte man Frauen, als Hausfrau und Mutter in stickige Wohnungen verbannen, auf dass sie dort allein die Windeln wechselten und den Ehemann mit Liebe und warmen Essen versorgten. Der Mutterinstinkt, der Frauen eine natürliche Begabung für Pflege und Fürsorglichkeit vorgaukelt, ist eine Erfindung männlicher Pädagogen des 18. Jahrhunderts, um es als natürlichs darzustellen, diese Arbeit den Frauen zuzuschieben, ohne Entlohnung und große Anerkennung. Die Kleinfamilie als Kernzelle der kapitalistischen Gesellschaft war geboren. Nix da mit dem Dorf, das sich um die Kinder kümmert. Ihrer Weise werden auch heute noch alle aktuellen Versuche, soziale Elternschaft wiederherzustellen, als unnatürlich und deshalb schlecht für das Kindeswohl darzustellen. Nicht genug, dass das herkömmliche Hausfrau-Ernährersystem Scharen von Frauen in Einsamkeit, Alkoholismus und Altersarmut getrieben hat. Umso trauriger ist es, dass wir verlernt haben, füreinander Verantwortung und Fürsorge zu übernehmen. Stattdessen wird es als kritisch beäugt, wenn andere Leute als die biologische Mutter sich ums Kind kümmern. Angeblich kann nur sie sicherstellen, dass aus dem Kind kein psychisches Frack wird. Die Kleinfamilie wurde eben auch als Optimierungszelle funktionaler Träger der Leistungsgesellschaft etabliert. Da darf keiner ran, der das Kind verkorksen könnte. Man könnte nun sagen, die Eltern seien das Problem, da sie sich so abgrenzten und jeden Einfluss anderer Menschen als Gefahrenquelle identifizierten. Aber man muss sich gleichsam vor Augen halten, dass unsere Gesellschaft sich ein regelrechtes Hobby daraus gemacht hat, Eltern und vor allem Müttern grenzenlose Vorwürfe zu machen, wenn sie etwas nicht richtig machen. Die Kinderfeindlichkeit in Deutschland hat auch sehr viel damit zu tun, dass wir den Eltern nichts vergeben wollen und wir ihnen immer genüsslich vorhalten, wenn sie sich nicht komplett aufgeopfert haben. Und wenn sie es doch tun, werden sie als Helikoptereltern diskreditiert. Diesen Schuldgefühlen geht man als Eltern lieber ganz aus dem Weg und bleibt in den vorgegebenen Bahnen der Isolation. Es gibt Momente, in denen mir der Untertitel meines Buches unangenehm ist. Der hieß nämlich Kinderlos glücklich. Er schien damals geeignet zu sein, kurz und knackig zu verdeutlichen, warum es in dem Buch geht. Frauen, die es nicht bereuen, keine eigenen Kinder zu bekommen. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass er in die falsche Kerbe schlägt. Es scheint den medialen Konsens zu bestätigen, der leider besagt, dass Kinderlose und Eltern sich gegenseitig mit Häme betrachten müssen. Ich möchte nicht auf Eltern herabsehen, um meine eigene Lebensweise zu rechtfertigen oder diese als besser, höher, schneller zu zelebrieren. Ich möchte mit ihnen gemeinsam unsere Gesellschaft gestalten und gerade deshalb die Mauern der isolierten Kleinfamilie überwinden. Der Begriff Kinderlos evoziert falsche Bilder, wenn man ihnen vom biologischen Nachwuchs abkoppelt. Denn Kinder begegnen einem überall und das finde ich auch richtig so. Die Trennung zwischen privatem und öffentlichem Raum ist im hohen Maße dadurch strukturiert, wie wir Kinderbetreuung organisiert haben. Nur deshalb diskutiert man überhaupt über Mehrfachbelastung und Vereinbarkeit. Und erst seit die Frauen vermehrt in die Lohnarbeit die Universitäten und andere Institutionen des öffentlichen Betriebs vordringen, stellt sich die Frage, ob da eine Kita angeschlossen werden sollte. Wenn die Frauen aus der Wohnung ausbrechen, müssen sie die Kinder eben mitnehmen, für deren Erziehung sie bislang alleine verantwortlich gemacht wurden. Soll nun also die Firma so werden wie der Bauernhof damals, sollten Eltern ihre quäkenden Kinder in Vorlesungen und Büros nehmen, sodass niemand mehr seine Arbeit konzentriert erledigen kann? Nein, aber es sollte selbstverständlich werden, dass ihre Betreuung gleich nebenan stattfinden kann. Firmen, Uni und Parlaments intern. Die Vorstellung, dass Kinder einen von der Arbeit abhalten, kann man auch deshalb nur haben, wenn man nicht anerkennt, dass Kinderbetreuung auch Arbeit ist, die von unserer Gesellschaft geleistet werden muss. Sie ist eben nicht nur so effizient, diszipliniert und ruhig gestaltbar wie Schreibtischarbeit. Sich um andere zu kümmern, ist kräftezehrend und manchmal laut, aber es ist eine wichtige Arbeit und nicht nur Belästigung anderer. Dieser Sachverhalt wurde unsichtbar gemacht, indem die Hausfrau in der Kleinfamilie versteckt wurde und dass diese Arbeit immer noch nicht anerkannt ist, zeigt sich zum Beispiel auch in der Entlohnung von Erzieherinnen. Kinder zu isolieren bedeutet, Mütter und vermehrt auch Väter zu isolieren. Kinder in den Alltag zu integrieren bedeutet, Eltern ein integrierteres und stressfreieres Leben zu ermöglichen. Der Ruf nach mehr Abschottung von Kindern als Lärmbelästigung, wie damals im Guardian-Artikel, erscheint mir als ein Ungeheuer aus einer patriarchalen Zeit. Ich erteile hiermit also allen Müttern die Erlaubnis, mir im Zug ihre gebrauchten Windeln zu überreichen, die ich dann voller Stolz zum nächsten Mülleimer tragen werde. Wenn sie mal in Ruhe, damit sie in Ruhe stillen können. Mit Brust oder Flasche, das sei ihnen überlassen. Wir müssen wieder lernen, dass Kinder normaler Bestandteil unseres Alltags sind und um das zu wissen und zu leben, muss man übrigens keine eigenen haben. Menschsein und Solidaritätsbewusstsein reichen da vollkommen aus. Vielen Dank, Sarah. Ja genau, diese Isolation, die Sarah gerade beschrieben hat, war mit eine ganz große Motivation für das Festival, aber auch für eine Performance, die wir vor dem Festival entwickelt haben. Und ich würde euch gerne kurz ein bisschen ganz persönlich erzählen, wie es dazu gekommen ist. Ich habe zwei Kinder und beide Schwangerschaften waren ziemlich anstrengend. Ich hatte eine sehr lang anhaltende Schwangerschaftsübelkeit und dadurch bin ich auch in verschiedene depressive Phasen gerutscht, weil mich das sehr isoliert hat, einfach körperlich und dadurch dann irgendwann auch sozial. Und deswegen war für mich diese Zeit der Schwangerschaft keineswegs irgendwie die schönste Zeit in meinem Leben, wie das irgendwie überall suggeriert wird, sondern eigentlich ziemlich krass und ziemlich einschneidend. Und wir kommen aus dem Theater- und Performance-Bereich und ich wollte gerne diese Erfahrung verarbeiten in einem Stück, wo es genau um diese Fragen rund um Geschlechtsidentität und Mutterrolle ging. Und genau, wir haben dann auch eine Umfrage gemacht, wo wir ungefähr 400 Antworten bekommen haben von Leuten, wo wir verschiedene Fragen gestellt haben rund um Schwangerschaft, Geburt und die erste Zeit mit dem Kind und in Bezug auf das Sexualleben, wie sich das verändert hat, wie sich die ökonomische Situation verändert hat, wie sich die Beziehung auch verändert hat. Und genau, darauf basierend haben wir dann diese Performance entwickelt, die eine Gameshow geworden ist, tatsächlich mit zwei sehr überzeichneten Figuren, zwei Mütter, die gegeneinander angetreten sind, um den Titel der Übermutter zu gewinnen. Genau, und da haben wir uns halt in dem Spannungsfeld zwischen Rollenverhalten, Geschlechterrollenverhalten, Feminismus, Emanzipation und prekären Lebensverhältnissen bewegt und hinterfragten halt auch immer wieder diesen Archetyp der Übermutter, der uns immer wieder begegnet ist, auch wenn wir das gar nicht wollten, war das irgendwie in uns gespeichert, auch durch unsere eigene Erfahrungen vielleicht, mit unseren eigenen Müttern und genau, diese Auseinandersetzung haben wir da so verhandelt in dem Stück und Fragen in Bezug auf, wo die eigenen Bedürfnisse bleiben und die eigene Sexualität und die eigene Unabhängigkeit finanziell, aber auch beziehungsbasierte Unabhängigkeit haben wir uns dort gestellt und was ganz interessant war, wir haben irgendwie gedacht, Schwangerschaft oder Kinderkriegen ist ja eigentlich ein ganz normales existenzielles Thema und es sollte eigentlich auch Platz finden und gerade auch in diesem Theater, in dieser Theaterwelt eigentlich selbstverständlich sein, dass man dazu arbeiten kann und wir hatten tatsächlich auch sehr viel Zuspruch von vielen Leuten, die sich das Stück angeguckt haben, aber es gab auch sehr viel Kritik, weil wir ganz schnell in so eine Schublade geschoben worden sind, der problematischen Mütter oder der Opfer-Theater-Macherinnen, die irgendwie nur Kritik äußern wollen und irgendwie keine Vision haben und eigentlich nur bemitleidenswert sind. Genau und das war ziemlich interessant und das hat dann dazu geführt, dass wir nach diesem Stück, wo wir eigentlich Kritik geäußert haben, gucken wollten, wie kann es anders gehen und zu diesem Festivalformat gekommen sind. Jawohl. Genau, also wir wollten dann sozusagen nach einer kritischen Analyse von Mutterschaft so den utopischen Ausblick wagen und uns dem Thema Elternschaft widmen, weil, genau, wir wollten das einfach ein bisschen konstruktiv, produktiv wenden und uns überlegen, wie lebt man denn auch anders zusammen? Unter anderem auch, weil wir halt ein bisschen ungewöhnliche Lebensweisen haben, also Polyamor und in Wohnprojekten leben und deswegen sowieso uns halt auch solche Fragen gestellt haben, sehr früh, wie wollen wir denn zusammen leben? Genau und so kam es halt, dass wir ein Festival jetzt gestalten, das sich mit verschiedensten Themen auseinandersetzt, eben Beziehungsthemen, aber auch, also quasi mit zwei Aspekten eigentlich, die normalerweise immer unter dem Begriff Familie zusammenfallen. Familie versteht man immer als Paarbeziehung und Eltern-Kind-Beziehung. Das sind zwei eigentlich auch sehr unterschiedliche Arten von Beziehung und von Liebe potenziell, die einfach unter einem Begriff zusammenfallen und sowas wie soziale Elternschaft oder Polyamorie oder oft dann auch eben ganz schnell sowas wie Regenbogenfamilien oder Patchworkfamilien, getrennt lebende Familien, alleinerziehende Menschen. Das fällt dann ganz schnell aus diesem Ideal raus von Familie, weil eben diese Trennung gar nicht genau betrachtet wird. Genau, das ist sozusagen jetzt ein bisschen der Ansatzpunkt, bei dem wir weitermachen wollen mit dem Festival. Da haben wir eben jetzt ganz viele Leute eingeladen und es ist uns auch ganz wichtig zu betonen, dass wir halt keine Kritik üben wollen an konkreten Menschen, also weder mit diesem Festival noch mit diesem Vortrag, an Menschen, die monogam leben oder an heteronormativen Beziehungen leben miteinander, weil wir halt der Meinung sind, Leute, die sich wünschen, so zu leben, sollen die Freiheit auf jeden Fall haben und nutzen, so zu leben. Aber das ist eben genau der Punkt, dass zum einen die meisten Menschen gar nicht unbedingt die Freiheit haben, sich zu fragen, ob sie so leben wollen, sondern dass das eben Automatismen sind, schnell die greifen, weil sie einem gesellschaftlich übergestülpt werden. Und zum Zweiten eben, dass es viele Menschen gibt, die nicht in diesem Ideal leben wollen oder können, ohne dafür gesellschaftlich abgewertet oder ökonomisch benachteiligt zu werden. Und wir haben natürlich so diese Vorstellung von wir leben in einer aufgeklärten, emanzipierten Gesellschaft, Feminismus haben wir absolviert. Jetzt kommen wir in den letzten Jahren vielleicht langsam auf den Trichter, dass dem nicht so ist und dass wir doch noch auch einiges zu tun haben. Und sehr bezeichnend fanden wir, dass gerade vor zwei Wochen erst Papst Franziskus, und man betone, das ist der gute Papst, der fortschrittliche Papst, verkündet hat, dass nur Männer und Frauen zusammen eine Familie sein können. Zitat. Heute, es ist schmerzhaft, das zu sagen, sprechen Menschen von verschiedenen Familien, von verschiedenen Arten von Familien. Es ist unglaublich traurig, dass die Vertretung der katholischen Kirche die Diversität generell als etwas Schmerzhaftes empfindet. Und das ist zudem höchst ironisch, weil die katholische Kirche jahrhundertelang, ja tausendelang, maßgeblich daran beteiligt war, Menschen in verschiedene Arten und Klassen einzuteilen und entsprechende Hierarchien zu bilden. Genau. Also das ist eine sehr aktuelle Situation, die wir bearbeiten. Und das ist auch etwas, das uns immer wieder gespiegelt worden ist auf dem Weg dieses Festivals, das wir jetzt eben zu zweit seit einem Jahr probieren zu stemmen. Wir machen auch... Dankeschön. Dankeschön. Wir haben auch noch ein paar Flyer dabei. Wer sich interessiert, kann sich gerne hier noch etwas mitnehmen. Und es ist aber auch total schön, weil wir halt eigentlich das, wie Miri erzählt hat, aus einer sehr persönlichen Erfahrungswelt und Motivation heraus gestartet haben und unglaublich viel positives Feedback und Resonanz gekriegt haben darauf, dass das wirklich ein aktuelles Thema ist. Und das freut uns natürlich. Also nochmal für alle, die vielleicht am Anfang nicht da waren, 14. bis 16. September, Familia Futura in Dresden. Genau. Und jetzt wollten wir gleich mit euch noch so ein bisschen diskutieren. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit dafür. Und dafür wollten wir jetzt aber nochmal so ein bisschen, um miteinander warm zu werden und uns ein bisschen kennenzulernen, eine kleine Freak-Abfrage machen. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, benutzen wir das Wort Freak sehr positiv. Das ist eine positive Umdeutung dieses Schimpfwortes. Und das ist natürlich eine selbstermächtigende Strategie. Also ein anderer Umgang mit Sprache hat man ja vielleicht auch schon mal festgestellt, kann eine ganz positive Wirkung auf einen selbst und die Außenwelt haben. Und Freaks sind ja normalerweise solche Personen, die als von der Norm abweichend empfunden werden. Und durch diese affirmative Selbstbezeichnung in der Gruppe wird eben diese ausgrenzende Kraft der Norm halt aufgehoben. Kurz, wir sind vielleicht anders, aber wir sind nicht allein. Und dass wir vielleicht sogar eine ganze Menge sind, wollen wir jetzt eben in einer kleinen gemeinsamen Abfrage einmal auf die Probe stellen. Genau, wir möchten euch bitten, die Hand zu heben, wenn ihr Menschen kennt, die Kinder haben, ohne verheiratet zu sein. Okay, danke. Wenn ihr Menschen kennt, die Eltern sind und getrennt voneinander leben. Wenn ihr Menschen kennt, die in Patchwork-Familien zusammenleben. Wenn ihr Menschen kennt, die mit einer gleichgeschlechtlichen Partnerin zusammenleben. die nicht monogam leben. Die nicht monogam leben und Kinder haben. Die Pflegekind sind oder Pflegekinder haben. Die adoptiert sind oder adoptiert haben. Die Waisenkinder sind. Die die keine Partnerin, kein Partner haben. Die keine Partnerin haben und ein oder mehrere Kinder alleine großziehen. Die keine Kinder kriegen können. Und die keine Kinder kriegen wollen. Danke. Ja, genau. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit und würden euch einladen, mit uns noch ein bisschen zu diskutieren. Hier vorne gibt es ein Mikrofon. Wir haben auch noch ein bisschen Text bei, falls ihr gar keine Fragen habt. Aber ansonsten würden wir euch gerne einladen, uns noch ein bisschen zu löchern oder auch einfach was von euch zu erzählen. Vielen Dank. Ja, erstmal vielen Dank und einen großenartigen Applaus für unsere drei. Wenn ihr Fragen habt, einfach die Hand heben. Ich komme mit dem Mikro. Keine Sorge, ihr seid nicht auf dem Video zu sehen oder so. Man hört nur eure Stimme. Also gibt es Fragen? Hand hoch. Geil, alles klar. Ah, da. Da, da. Das schaffe ich. Achso, keine Schuhe. Ich habe keine Frage, aber dadurch, dass... Also ich habe jetzt die Befürchtung, dass wenn jetzt erstmal die Gespräche hier losgehen, dann will ich nicht mehr dazwischen grätschen. Ich wohne in Berlin als Familie mit einem Mädchen. Das ist knapp drei Jahre alt und wir suchen gerade nach einer Familie, die mit uns in unsere Wohnung ziehen will. Wir haben eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit einer großen Küche. Und wenn Menschen interessiert sind, mit einer Familie zusammen zu wohnen, wir haben damit auch schon Erfahrung jetzt seit drei Jahren. Also seit der Geburt von unserer Tochter wohnen wir auch in Familie und kennen das Konzept und wissen, was wir uns darunter vorstellen. Und wenn ihr daran interessiert seid und in Berlin wohnen wollt, dann freue ich mich, wenn ihr auf mich zukommt. Jetzt vielleicht nach dem Gespräch oder uns einfach findet auf WG gesucht, Co-Housing, WG Company, Kleinanzeigen. Ganz hinten, das ist immer eine Herausforderung hier. Achtung, das hält fit. Ja, ein bisschen Sport muss ja auch so sein. Erstmal, ich fand alles cool, was ihr gesagt habt. Was du am Anfang vorgelesen hattest, habe ich mir gedacht, ob man sich das vielleicht auch noch nachlesen könnte irgendwie nach dem Festival jetzt. Ja, das ist auf Zeit Online und wenn du meinen Namen googelst, dann sind da ein paar Artikel, die ich darunter geschrieben habe. Wie heißt du? Sarah Diehl, ist auch in dem Content-Flyer. Okay, cool. Und der Titel hieß, gebt mir alle eure Windeln. Gebt mir alle eure. Cool. So, noch wer wo? Hier ganz vorne. Bleib doch da, bleib doch da hinten und ich mache hier mal kurz einfach, da müssen wir nicht immer so reden. Ich wollte mal fragen, was heißt denn eigentlich Patchwork-Familie? Oh, was heißt eigentlich Patchwork-Familie? Das ist eine gute Frage. Ich würde das jetzt so definieren. Also Patchwork ist ja so wie so ein Flickenteppich, ne? Und das ist natürlich ein bisschen eine defizitäre Bezeichnung, weil man davon ausgeht, dass die Decke eigentlich perfekt zu sein hat. Aber im Prinzip bedeutet das, dass die Paarbeziehung verschiedene Kinder, also quasi Kinder mit anderen Partnern quasi, also Moment, chronologisch machen wir das mal so, es gibt Leute, die kriegen zusammen Kinder, dann trennen die sich und haben neue Partner, PartnerInnen und diese neuere Verpartnerung mit Kindern aus unterschiedlichen Konstellationen nennt man Patchwork-Familie. Ja? Ist halt natürlich so ein bisschen fluide, weil sind die erst Patchwork-Familie, wenn sie verheiratet sind oder wenn sie quasi Kinder aus, also das ist so ein bisschen, glaube ich, an den Rändern offen. Getrennt lebend, getrennt erziehend, alleinerziehend, Patchwork, das sind, also sind halt Teile von einem Prozess. Und da ist aber ganz interessant, nochmal, dass da sich halt diese, also daran zeigt sich an diesem Begriff auch, dass halt Familie eben immer Paarbeziehung und Eltern-Kind-Beziehung in einen Topf wirft. Das ist so ein bisschen ein Problem eben dieses Ideals und dieses Prinzip von Ehe, wo das halt, also Ehe ist quasi lange Zeit die Institution von Familie gewesen, die einzige. Und in der Ehe fällt das halt unhinterfragt zusammen. Man darf sie nicht scheiden lassen, man darf sie nicht betrügen, Monogamie, also das sind alles quasi so Faktoren, die nicht gehen und alles, was davon abweicht, ist defizitär. Genau, aber das genau wollen wir halt so ein bisschen, natürlich, also diese Offenheit auch der, also dieser Benennungen und Definitionen wollen wir natürlich auch fördern. Das ist so ein bisschen schwierig, wir müssen mit diesen Kategorien arbeiten. Man kann zum Beispiel auch das sehr gut an dem Begriff Alleinerziehend sehen. Der ist nicht so schön, weil das natürlich auch eben, naja, alleine ist erstmal, klingt nach Isolation, ist erstmal was Defizitäres. Es ist eine Person, die alleine erzieht, wobei es ja eigentlich immer zwei sein müssen. Es gibt ja auch nicht Älter, sondern nur Eltern. Es gibt immer zwei eigentlich, so muss das sein. Und wenn dem aber nicht so ist, dann ist man alleinerziehend. Deswegen gibt es da zum Beispiel mittlerweile auch den Begriff Einelternfamilie, dass man das halt trotzdem auch als Familie anerkennt. Also diese Begrifflichkeiten sind gut und wichtig, aber auch fluide auf jeden Fall. Hier vorne war noch eine Frage. Diesmal bin ich auch vorne. Mich würde interessieren, was eure Utopie ist und auf welchen Ebenen da für Veränderungen eintreten müssen. Also ich habe jetzt keine fertige Utopie und auch nicht eine Utopie. Ich glaube, es geht halt darum, ganz viele verschiedene Visionen und Utopien zu entwickeln und es möglich zu machen durch Gesetzesänderungen und durch gesellschaftliche Veränderungen, dass ganz viele verschiedene Konzepte halt gelebt werden können und dürfen. Genau, das wäre meine eigene Vision. Und ich glaube, es hat sehr viel auch mit einer Wohnsituation zu tun. Tatsächlich, weil diese Isolation, die beschrieben wird, hat halt auch viel mit so Mutter, Vater, Kind, drei Zimmerwohnungen maximal zu tun. Und das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt, bei dem wir uns mit dem Festival, also dem wir uns da widmen wollen. Was gibt es eben für alternative Wohnformen, Wohnprojekte? Das war auch, wenn ich das kurz aus persönlich erzählen darf, zum Beispiel auch eine Erfahrung, die Miri gemacht hat, dass sie halt in einer Dreizimmerwohnung mit Mutter, Vater, Kind, Kind gelebt hat, obwohl sie das eigentlich so gar nicht wollten und jetzt für sich die Konsequenz und sehr viel Arbeit hat das auch geschafft haben, in ein riesengroßes Wohnprojekt in Leipzig zu ziehen, was einfach dann plötzlich so Vorteile hat, wie man ist nicht mehr mit allem allein. Man kann sich austauschen. Es sind noch andere Kinder mit im Haus. Es gibt mehr Eltern. Man kann sich mal gegenseitig die Kinder kurz irgendwie beieinander abstellen. Alle kennen sich und sind vertraut. Die Kinder spielen miteinander. Also da ist plötzlich ganz viel Energie frei für andere Dinge und füreinander. Das ist natürlich trotzdem, also dieses Projekt war einfach, glaube ich, auch ein Arsch voll Arbeit. Aber ich glaube, das ist halt ein ganz wichtiger Punkt bei diesen Utopien, die wir bearbeiten, ist halt der Wohnraum, die Wohnsituation, das konkrete Zusammenleben. Und wir machen gerade ein Crowdfunding auch für dieses Festival. Und da haben wir mit vielen Beteiligten so kleine Porträts gemacht, damit wir die auch so vorstellen können und ihre Arbeit. Und da haben wir die halt auch gefragt, was sind denn eure persönlichen Utopien? Was bedeutet denn für euch Familia Futura? Und da sind sehr unterschiedliche Sachen bei rausgekommen. Das könnt ihr euch auch sehr gerne alles im Internet mal angucken, wenn ihr Familia Futura googelt. Und das ist total schön. Also diese Wohnraumgeschichte war auf jeden Fall, es wurden so Bilder gemalt von einem solidarischen Zusammenleben und von vielen Leuten an einem Tisch, die zusammen essen. Wir haben unter anderem übrigens auch bei dem Festival Suki dabei. Wir machen eine große Party am 15. September, wo Suki auftritt und mit ihr haben wir auch einen kleinen Clip gedreht. Und sie hat gesagt, für sie bedeutet Familia Futura Herzensbildung. Also ein Ideal von Familie ist, dass man einander im Herzen quasi weiterbildet. Und sie hat ein Bild beschrieben von einer großen Familie von Leuten, die nicht unbedingt alle blutsverwandt miteinander sein müssen. Darum geht es nämlich nicht. Das ist auch ein bisschen so eine komische nationalstaatliche Parallele, dass irgendwie der Nationalstaat genau wie die Ehe über Eigentum und Blutsverwandtschaft funktioniert. Und dass es eben stattdessen einfach ein großer Tisch, eine große Tafel ist von vielen verschiedenen Leuten, alt, jung, groß, klein und wie auch immer, die zusammen essen. Und dass man da also alles einfach quasi zusammengestaltet, füreinander sorgt. Also Fürsorge und Solidarität wurden oft genannt. Also das sind lauter so Schlagworte, die so jetzt quasi für uns sehr wichtig sind. Und was das dann konkret sind? Wir haben so auf dem Festival auf jeden Fall auch so ein paar Workshops geplant zum utopischen Schreiben, utopischen Sprechen, wo wir halt wirklich mit Leuten, die kommen, auch arbeiten wollen, also konkrete Visionen erarbeiten wollen. Genau. So, ich sehe gerade keine Hände mehr. Ah doch, da. Ah, jetzt kommen viele auf einmal, ja. Sie war zuerst. Ich wohne in einem Wohnprojekt, wo wir auch so einen FLTI-Austausch gemacht haben zum Thema Kinder bekommen, Kinder großziehen. Und eigentlich ist es hauptsächlich bisher so, dass schon die Kinder in heteronormativen Kleinfamilien geboren werden und die Paare so zusammenleben oder alleinerziehend sind. Und da haben dann Menschen auch gesagt, dass es für sie halt viel einfacher war, weil sie eh schon viel Zeit in ihre Paarbeziehungen miteinander verbracht haben und ja, dann das nahe lag, gemeinsam auch Kinder zu bekommen. Und es dann ja auch in Paaren oft schwierig ist, noch wen zu finden, um Kinder zu bekommen, weil das ja auch ein bisschen ein Problem sein kann. Und mich würde voll interessieren, wenn ihr das erzählen mögt, wie ihr euch so gefunden habt und wie ihr das auch, also auch diese Komplikationen mit Paaren in so Konstellationen, mit Co-Parenting. Und was war meine zweite Frage? Ja, wie ihr euch gefunden habt. Und ja, und zwar, wie ihr das erlebt so im Vergleich mit anderen Eltern, die Kinder zu zweit in heteronormativen Kleinfamilien aufziehen. Ob ihr das Gefühl habt, es ist eine Erleichterung, weil viele meinten dann auch, ja, es ist viel schwieriger, weil man dann viel mehr Absprachen machen muss, dann noch Leute finden, die man auch mag, mit denen man auch als Eltern Lust hat, Zeit zu verbringen. Genau. Ob wird es eher als Erleichterung oder eher so ist, dann muss man noch ganz viele Extratreffen machen, um über Erziehung zu sprechen und so. Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Also ich selber habe tatsächlich auch noch keine Kinder, lebe aber in, ja, auch quasi polyamoren Kontexten und also so ein bisschen offener. Deswegen kann ich jetzt zu dieser konkreten Frage nicht viel sagen. Miri kann da mehr zu sagen. Genau, ich glaube, was halt sicherlich ein Punkt ist, klar, du hast immer dieses Problem mit mehreren Leuten, musst du irgendwie viele Absprachen treffen. Meine Erfahrung mit Polyamorie seit zwölf Jahren ist, manchmal ist es auch leichter mit mehreren Leuten, weil du hast halt auch einfach einen Konsens, den du bilden kannst und nicht unbedingt immer diese Ping-Pong-Strukturen. Ich glaube, beim Thema Kinder kann das nochmal ganz anders sein, weil ich glaube, da gibt es einfach keine Vorbilder, an denen man sich orientieren kann. Also Polyamor mit Kindern, das wird auch übrigens eine Diskussion auf dem Festival sein. Wie ist das mit mehreren Eltern? Und da ist einfach auch, glaube ich, wirklich gravierend, was du an gesellschaftlicher Verurteilung kriegst. Ich glaube, das ist ein großer Punkt, warum das nicht so einfach ist. Ich glaube, viele Leute, die das leben, haben trotzdem nach außen hin immer auch so eine Fassade von wir sind die biologischen Eltern, damit sind alle beruhigt. Genau, also das kenne ich auf jeden Fall auch. Zu meiner Geschichte, also ich habe zwei Kinder mit meinem Partner und wir leben mittlerweile in einer offenen Beziehung. Am Anfang war das auch nicht unbedingt so. Und bei uns war das jetzt nicht so, dass wir irgendwie gedacht haben, ah, das wäre total schön, wenn die Kinder mehr Eltern haben, sondern das hat sich tatsächlich einfach entwickelt, so wie wir uns auch einfach kennengelernt haben. Genau, aber wenn man dann diese Praxis lebt, dann merkt man auf jeden Fall auch, dass es sehr viel mehr Beziehungsarbeit ist, weil es ist ja nicht nur die Beziehungsarbeit zwischen den Erwachsenen, sondern auch die Beziehungsarbeit zwischen den ganzen Erwachsenen und den Kindern. Und jetzt nochmal zu der Frage, wie man sich das vielleicht vorstellen kann, auch wenn man weiter in die Zukunft denkt, finde ich diesen Aspekt der Arbeit und der Freizeit und der Zeit für Beziehungsarbeit in unserer Gesellschaft, den finde ich halt total spannend und wichtig zu denken und auszudiskutieren und Vorschläge zu machen, wie man das vielleicht anders machen kann. Weil wenn man natürlich 40 Stunden arbeitet, hat man einfach keine Zeit, Beziehungen mit fünf Leuten zu führen und drei Kinder zusammen großzuziehen im Konsens. Und genau, also das ist, glaube ich, da gerät man in unserer jetzigen Zeit einfach ganz schnell auch an Grenzen und, genau, Fragen nach, weiß ich nicht, bedingungslosen Grundeinkommen oder so, dass man irgendwie mehr Freiraum hat, um sich auch irgendwie um eine andere Form von Gemeinschaft zu kümmern, werden dann, glaube ich, auch relevant, wenn man so weit spinnt. Ich würde sehr interessieren, wie ihr zueinander gefunden habt, was gerade eben auch noch eine Frage war, und ob ihr euch als politische Struktur versteht oder als Kollektiv für das Festival, also was da quasi strukturell dahinter steht. Wir drei haben uns eben durch dieses Festival gefunden. Sarah kennen wir noch nicht so lange, aber wir kennen uns schon seit zehn Jahren ungefähr, neun oder zehn Jahren. Und wir sind Freundinnen und Kolleginnen, würde ich jetzt mal so grob sagen. Wir haben auch einen gemeinsamen Ex-Freund, darüber haben wir uns eigentlich kennengelernt. Also wir haben einige Gemeinsamkeiten schon miteinander erlebt und durchlebt. Und wir arbeiten zusammen eben seit neun oder zehn Jahren als Wilde Pferde, ein Performance-Kollektiv. Und jetzt für eben die Supramata und dieses Festival Familia Futura sind wir quasi nochmal konkret in diesem ... Also für das Festival sind wir jetzt gerade wirklich konkret zu zweit und aber mit einem riesigen Netzwerk im Verbund. Aber wir arbeiten im Prinzip schon lange an so Performance-Formaten zusammen, die immer so ein bisschen interaktiv sind, immer auch so ein bisschen unterschiedliche Formate und ... Aber immer halt auch auf so einer auch persönlichen Ebene. Also wir sind jetzt nicht nur Büro-Buddies oder so. Genau. So, wir haben noch Zeit für eine letzte Frage. Nutzt die Chance? Ah, da. Hallo, danke für den Vortrag. Ihr habt vorhin gesprochen von der Isolation von insbesondere Müttern auch in der Schwangerschaft durch körperliche Beschwerden, die dann auch eine psychische Belastung darstellen. Und ich wollte euch mal fragen nach Ideen, was Strategien sein könnten, diese Isolation eben gar nicht erst so aufkommen zu lassen oder der entgegenzutreten. Ich glaube, da übergebe ich mal direkt das Mikrofon an die Mutter. Also ich glaube, mir hätte geholfen, ein weniger, also genau, ein Umgang, der weniger mit Tabus behaftet ist, auch irgendwie zu thematisieren, dass Schwangerschaft eben nicht die tollste Zeit im Leben sein muss, dass Geburt auch nicht so toll sein muss, dass es tatsächlich auch ziemlich traumatisierend sein kann. Genau, und als ich schwanger geworden bin, war ich eine von den ersten so in meinem Freundeskreis eigentlich, die ein Kind bekommen hat. Und ich habe tatsächlich vorher irgendwie in einer Umgebung gelebt, wo es wenig Kontakt mit Kindern gab. Und ich glaube, viele Leute waren einfach auch sehr überfordert damit und wussten eigentlich gar nicht, was da so genau passiert. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch in der WG gewohnt und die WG hat sich eigentlich sehr gefreut, dass es ein Kind geben wird. Und dann waren aber doch alle auch sehr, sehr überfordert und genau. Also ich glaube, wenn man irgendwie versucht, viel darüber zu sprechen, sich viel gegenseitig zuhört und gemeinsam vielleicht auch überlegt, wie man sich gegenseitig unterstützen kann, das bringt, glaube ich, schon ziemlich viel, weil wir waren tatsächlich auch als Paar dann ziemlich oft isoliert in dieser WG, was total absurd war, weil wir uns bewusst dafür entschieden hatten, in einer WG zu wohnen und eben nicht alleine zu wohnen. Genau. Und das ist dann aber irgendwie total gescheitert, weil alle irgendwie damit konfrontiert waren, wie das dann so ist, wenn da ein kleines Baby ist, was die ganze Zeit schreit und die Eltern total übermüdet sind und einfach am Rande ihrer Kräfte sind. So, genau. Genau. Und ich glaube, dass einfach viel Aufklärungsarbeit auch hilft und versuchen viel darüber zu sprechen, über Komplikationen, über die Angst vor einer Fehlgeburt oder genau. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, einfach viel darüber zu reden und Hemmungen abzubauen, ja. Und ich glaube auch, also das, was Sarah auch in ihrem Text gesagt hat, ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir einfach als Gesellschaft, da kann natürlich jetzt keine Strategien für einzelne Leute, aber als Gesellschaft brauchen wir, glaube ich, einfach viel mehr Räume, wo Kinder, auch Kleinkinder, die schreien, normal sind und wo auch Menschen ohne Kinder den Umgang mit kleinen Kindern lernen können. Weil mir geht das auch so. Ich bin das kleinste Kind in der Familie gewesen. Ich wusste nicht, wie man mit Leuten umgeht, die kleiner waren als ich. Ich hatte da einfach keine Erfahrung und habe das jetzt so im Freundeskreis, als die ersten angefangen haben zu werfen, dann habe ich mich dann auch darauf gestürzt und fand das total schön, auch das zu erfahren. Aber es ist super schwierig, weil es diese Räume nicht gibt, weil es halt, ja, weil es sofort als Belastung empfunden wird. Und auch meine Freunde zum Beispiel berichtet haben, wie sie blöd angeguckt werden, sobald ihr Kind anfängt zu schreien. Und es ist halt einfach so, dass Kinder, ich meine, hier vorne sind welche, die sind mega gechillt, ganz geil, aber dass sie einfach, naja, dass sie einfach auch manchmal Lärm machen. Und das ist halt auch, wenn es normaler wäre, Kinder überall mit hinnehmen zu können, wären Kinder auch vielleicht ein bisschen entspannter damit, überall mit hingenommen zu werden und wären vielleicht auch nicht so präsent. Also ich glaube, da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz oder der Hund. Ich glaube, es braucht Räume, wo Kinder selbstverständlich sein dürfen, ob das Wohnräume sind oder öffentliche Räume. Also auch diese ganze Trennung von Privatraum und öffentlichem Raum ist, glaube ich, ein riesiges Problem. Ja, das ist allerdings etwas, das kann man, das können alle versuchen für sich, durch so etwas wie ich ziehe in eine WG oder ein Wohnprojekt privat zu lösen und anzugehen. Aber es ist auch wirklich einfach ein strukturelles Problem, vor dem wir, glaube ich, alle stehen. Von daher müssen wir probieren. Wir machen ein Festival zum Thema, das ist unsere Lösung. Ein guter erster Schritt auf jeden Fall. Ja, damit ist die Zeit auch um. Nochmal einen dicken Applaus für die drei. Ein guter Schritt auf jeden Fall. was ist die Zeit auch erst mal so leicht darst. Wir sind jetzt Talent. Mama wird economically schwer curry. Geht nur auf jeden Fall. Ich-Spit' da. Wir kommen há, wenn wir uns auf 20以上 fertig haben. Cho Toby, woahaha wer es ein dicker давно. Vielen Dank.